Hallo liebe Freunde, ich habe mich ja in letzter Zeit ein bisschen rar gemacht, hatte auch seine Gründe, wir hatten hier gesundheitliche Probleme und auch will ich da so ein paar Sachen in die Wege leiten, aber es ist alles noch nicht spruchreif, darum darüber dann später mal mehr. Heute wollen wir mal reden über 2017, ich wurde jetzt schon öfters gefragt, ob ich mal was dazu sagen kann, scheinbar ist in meiner Meinung immer noch wichtig, ich kann auch nicht dazu mehr sagen, wie was man öffentlich erfährt, was ich ganz traurig finde, ist aber, dass es Leute gibt, auch Unternehmer, die sich hinstellen und sagen, ich habe deinen Informanten und ich kann euch sagen, das wird ganz schlimm, beim Pyroforum wird alles rauskommen und ich habe deinen Insider, ich habe da gesagt, wisst ihr Leute, entweder ihr wisst was und sagt es oder ihr haltet die Fresse. Ich finde es ganz furchtbar, diese Großkotz-Hirum-Cremerei und nicht rauszukommen mit der Sprache, wenn ich wirklich was weiß. Finde ich ganz schlimm. Wem man mal wirklich da loben muss und ich lobe ja nie jemanden, wie man da wirklich mal loben muss, ist Heiko Röder, weil der sich ja wirklich darum bemüht, Informationen zu bekommen und wenn er welche hat, die auch weitergibt, was andere ja dann sagen, ich habe da meine geheimen Informanten, nein, er macht das einfach. In seinem Blog auf der Seite von Röder Feuerwerk hat er jetzt geschrieben, dass eben so ein Ausschussmitglied oder der Sprecher dieses Bundestagsausschusses oder wer das auch immer war, eben auf die Anfrage, was denn hier nun ist, mit verleiht und elektrisch zünden und so, zwar bestätigt hat, dass es eben die Gesetzesänderung gibt, das ist ja auch klar, die muss es ja dann geben, aber dass diese Themen überhaupt gar nicht Bestandteil dieses Gesetzes sind. Ob das denn nachher wirklich so ist, ob das wirklich jetzt die Entwarnung ist und da wirklich nichts kommt, ja, das wird man dann sehen, aber ich finde es eben mal gut, das ist eine konkrete Aussage von jemandem, der sich damit befasst, der in diesem Ausschuss ist und der sich auch mit Name und Wort und Bild öffentlich dazu Stellung nimmt, das ist schon mal sehr gut, finde ich gut. Aber über was reden wir eigentlich? Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, wir reden eigentlich, und das ist ja das, um was es da im Endeffekt geht, das ist die Richtlinie der EU, also die hat die Bezeichnung 2013-29-EU und die sitzt die alte von 2008 eben außer Kraft oder löst die ab. Um was geht es in dieser Richtlinie eigentlich? Das sagt schon der Untertitel, denn sie heißt eigentlich Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung pyrotechnischer Gegenstände auf den Markt. Da hört man schon allein an den Titel, es geht einfach nur darum, wie müssen die Artikel beschaffen sein, damit sie auf den Markt kommen und wie kommen sie auf den Markt. Das soll überall in der EU gleich sein, das wird ja jetzt schon in den letzten Jahren gemacht, das ist eben dieses Cut, wir bleiben jetzt einfach mal bei Kategorie 2, Cut 2, was da drauf steht, mit CE, das heißt, diese Prüfung, ob die Artikel überhaupt zugelassen werden, soll überall in Europa, bei den Staaten, in denen die Gesetze gelten, gleich sein, der Artikel soll überall gleich geprüft werden und unter denselben Voraussetzungen auf den Markt kommen. Und darum geht es eigentlich in dieser Richtlinie, um nicht mehr und nicht weniger. Von Zünden, Zusammenknippern oder Basteln oder was weiß ich, ist da überhaupt nicht die Rede. Man kann sich diese Richtlinie, ich werde das unten mal einblenden, wo man die findet, das sind 40 Seiten, das ist so eine leicht gekürzte Fassung, aber die das Wichtigste wirklich enthält. Dazu muss ich mal gleich sagen, noch keine Rechtsberatung, ich mache es immer wie die AskPyrus, aber blende ich auch noch ein. Aber das kann man sich wirklich durchlesen und dann wird man sehen, dass es überhaupt nicht um solche Sachen geht. Nichtsdestotrotz weiß man allerdings nicht, was noch da zugedichtet wird. Also nicht zugedichtet jetzt in Form von wirklich Dichten, sondern nachher im Gesetz, denn diese EU-Richtlinien haben wir jetzt auch, können national doch scheinbar abgeändert werden und wie man zur Zeit im Land sieht, sind der EU-Gesetze nicht doch nicht ganz so wichtig. Aber wir haben es jetzt zur Zeit auch, um wieder auf die Pure-Technik zurückzukommen, die 20-Gram-Raketen in Deutschland. Zum Beispiel ist das beste Beispiel. Das geht wohl auf irgendein Luftfahrtgesetz in Deutschland zurück und darum haben wir diese Regeln hier in Deutschland, eine Sonderregelung. Und so kann man zum Beispiel aber auch aus traditionellen Gründen in Spanien oder Italien Sachen machen, die eigentlich nicht zulässig werden. Also das heißt, wenn diese EU-Richtlinie beschlossen wird, im nationales Gesetz umgewandelt wird, was alles vereinheitlichen soll, heißt es nicht, dass es dann doch wieder Sonderregeln gibt. Da sieht man mal, was das eigentlich für ein Schwachsinn ist. Also daher kann man da nie wirklich auch wirklich nicht sicher sein. Aber ich meine, wenn man, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Informationen hat, dann rückt doch einfach damit raus. Was soll denn diese Geheimnisturerei? Liebe Pyro-Freunde, die da angeblich was wissen. Anderes Thema noch dazu, was denn eher die Sammler wohl betrifft oder interessiert, wurde ich auch gefragt. Da habe ich dann bei der BAM nachgefragt. Die BAM ist ja, wird ja hier immer viel verachtet. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Denn wenn man als normalsterblicher pyrotechnische Angelegenheiten mal eine Frage hat, an wem willst du dich wenden? Du wendest dich an den Pyrotechniker, an den Jobbetreiber, jeder erzählt dir was anderes. Die BAM ist aber nun mal diese Institution in Deutschland, die das alles verwaltet, umsetzt, wie man das jetzt auch immer nennen will. Die Gesetze gibt der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber gibt die Gesetze auf den Vorlang der BAM. Wenn die BAM sagt zum Beispiel, diese Rakete hier, die ist untragbar für uns, die müssen wir verbieten, da wird kein Politiker sagen, nein, das machen wir nicht. Und darum, wenn man dann eine Frage hat, und die geben ja auch oftmals Auskunft, das ist überhaupt nicht so früher, ich habe nie Auskunft, jetzt kriegt man eigentlich immer Auskunft, was ich sehr gut finde, da muss man die auch wirklich mal loben, dass sie die Zeit dafür finden und das machen. Und da war eben so meine Nachfrage, was passiert denn jetzt mit den Artikeln? Jetzt habe ich noch einen ganzen Sack voll Klasse 2 Artikel, was mache ich denn jetzt da ab 3. Juli 2017 damit? Und da kam dann die Antwort eben, dass, also was ich mit den Artikeln nicht mehr machen darf, sagen wir mal so rum an, ich darf sie nicht mehr herstellen, das ist ja klar, wir haben ja hier geredet von CE, das betrifft ja die Zustellung, äh, Herstellung. Ich darf sie nicht mehr einführen, sie dürfen nicht mehr verbracht werden, da müsste man jetzt nochmal abklären, was das überhaupt heißt. Heißt, ich darf jetzt meinen Böller, Klasse 2, nicht mehr verbringen, wie definiert man verbringen? Und gebe die meinen Kollegen, äh, naja, geben sowieso nicht, und lege die dann, pack die in die Hosentasche und bring die nach München, sagen wir mal so. Ist das verbringen? Ich weiß es nicht. Vertrieben werden dürfen sie nicht mehr, sie dürfen nicht mehr verkauft werden, auf gut Deutsch. Ich darf sie nicht mehr anderen überlassen, also ich darf eben nicht den Kollegen sagen, hier, komm, deiner, verkaufen sowieso nicht, schenken auch nicht, ich darf sie keinen anderen übergeben, und ich darf sie auch nicht verwenden. Das ist ja dann wohl klar, was das bedeutet. Aber, und darauf wird auch nochmal extra hier hingewiesen, ähm, so können Sie daraus ablesen, dass nur der Besitz nicht reglementiert wird. Das heißt, nach dem Stand der Dinge jetzt hier, nach dieser Nähe, darf ich die Teile auch nach Juli 2017 noch besitzen? Das, finde ich, ist sehr wichtig für die Sammler, die ihre Vitrine zu Hause haben. Die müssen die jetzt nicht leer räumen, weil sie Angst haben, wenn der nächste Mal jemand eine Heizung ablesen kommt und sieht es in der Vitrine, scheißt er die an. Nein, man darf es noch besitzen. Also, ich könnte es mir ins Regal stellen, dann ist gut. Man muss dann natürlich, sich an die Gesetze halten, so wie sie jedenfalls jetzt noch sind, und zwar, äh, ein Kilo NEM, im bewohnten Raum. Das ist eigentlich eine ganze Menge, wenn man mal überlegt, was haben die Leute in ihren Vitrinen, die haben da vielleicht Böller, ein paar Raketen oder so, da hat man ja keine Batterien, in der Regel jedenfalls, äh, nicht zu stehen. Und da ist ein Kilo NEM doch schon eine ganze Menge eigentlich, weil wenn man mal bedenkt, so ein Böller hat sechs, oder die anderen haben vier, ähm, da kommt schon eine ganze Menge an Artikel zusammen, die man sich da hinstellen, legal hinstellen darf. Finde ich eigentlich sehr wichtig zu wissen, dass man das dann auch nach 2017 machen darf. Aber wie gesagt, herstellen, einführen, verbringen, vertreiben, anderen überlassen oder verwenden, ist dann tabu. Wenn man sich das mal überlegt, so sind denn halt die Gesetze, da muss man sich eben daran halten, oder eben nicht, und dann mit den Konsequenzen leben. Aber wenn man sich das überlegt, was es wieder eigentlich für ein Irrsinn ist, ich habe jetzt hier meinen Böller, den habe ich, wenn man hier nochmal raufguckt, am 2. Juli 2017 ist es ja noch völlig okay, und einen Tag später ist es ja so, dass ich ihn nicht mehr anzünden darf. Weil, was hat sich denn jetzt an dem Ding verändert? Nichts. Äh, aber irgendwann, wenn man so eine neue Zulassungsrichtlinie erlässt, dass alle Artikel eben so geprüft werden müssen, irgendwo muss ich ja mal ein Kalt machen. Oder, was eigentlich viel schon besser gewesen wäre, und eigentlich haben wir aber diese Phase jetzt auch schon, dass, dass ich mir eine Zeit gebe und sage so, alles, das darf nicht mehr verkauft werden, äh, und nicht mehr hergestellt werden, das muss alles CE haben, aber, ich kann es eben noch so lange verwenden, bis es alle ist. Und eigentlich sollte das ja jetzt, diese Übergangsphase, läuft ja eigentlich jetzt schon, also jedenfalls mit dem Verkauf, man kann ja Klasse 2 noch verkaufen, aber ab dem 3. Juli 2017 kann es nicht mehr verkauft werden, ähm, laut der Gesetzgebung, andere sagen doch, bis Jahresende kann man doch noch, und naja, aber jedenfalls, sagen wir mal, 2017 ist dann Schluss, aber, äh, dass man dann eben sagen würde, der, die, die, die Bevölkerung, der Endverbraucher darf es noch so lange verbrauchen, oder benutzen, bis es ihnen alle ist, das wäre sinnvoller gewesen, und im Endeffekt wird es niemand überprüfen, aber wir gehen ja jetzt einfach mal davon aus, wie die Gesetzlage so ist. Ja, mehr Informationen gibt es dazu nicht, was wirklich kommt, werden wir sehen, ähm, man sollte nicht lockerlassen, immer wieder nachfragen, und darum ist die Arbeit von Heiko Röhler, die er da diesbezüglich macht, wirklich sehr gut, ähm, und andere, die eben angeblich was wissen, aber das nicht sagen, die sollten dann noch entweder ihr Wissen mit uns alle teilen, oder einfach die Klappe halten. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.